Ja moin, ich erkläre euch heute die Regeln zu dem Spiel Ligretto aus dem Hause Schmidt. Spielziel. Bei diesem Spiel solltet ihr schnell sein, denn alle Spieler versuchen gleichzeitig als erstes ihren eigenen Ligretto-Stapel abzutragen und dabei noch möglichst viele Punkte zu ergattern. Spielvorbereitung. Als erstes werden alle Karten nach den Rückseiten sortiert und jeder Spieler bekommt seinen eigenen Kartensatz einer Farbe, den er dann auch noch gut durchmischen muss. Nun legt jeder Spieler je nach Spielanzahl eine bestimmte Anzahl an Karten offen nebeneinander. Bei zwei Spielern sind es fünf Karten, bei drei Spielern vier Karten und ab vier Spielern, da man mehrere verschiedene Ligretto-Spiele kombinieren kann, nur noch drei Karten. Hierbei handelt es sich um seine Reihe. Nun platziert jeder Spieler noch einen Stapel aus zehn Karten offen neben seiner Reihe und die restlichen Karten hält jeder Spieler als verdeckten Stapel in der Hand. Spielablauf. Nun geht es los. Alle Spieler versuchen gleichzeitig so schnell wie möglich ihre Karten loszuwerden. Wer eine Eins hat, legt diese in die Mitte. Wer eine Zwei in der gleichen Farbe hat, legt diese so schnell wie möglich darauf und so weiter geht es. Jeder Eins kann in die Mitte gelegt werden, wodurch es auch gleich mehrere gleichfarbige Stapel geben kann. Ein Spieler darf jederzeit Karten ablegen, entweder aus seiner Reihe, die oberste Karte des Stapels oder die oberste Karte seines Ablagestapels. Legt man eine Karte aus der Reihe ab, darf der freigewordene Platz sofort mit einer Karte vom Stapel aufgefüllt werden. Wenn ein Spieler mit seinen offenen Karten, Stapel sowie Reihe nicht weiter kann, spielt er mit dem verdeckten Stapel in der Hand weiter. Hierzu dreht er immer drei Karten zusammen um und legt sie offen übereinander vor sich auf den Tisch. Jeder Spieler hat dadurch einen eigenen Ablagestapel. Sollte die oberste Karte des Ablagestapels in die Mitte platziert werden oder angelegt werden können, dann so schnell wie möglich ab damit in die Mitte. Wenn durch das Ablegen der Karte eine weitere passende Karte aufgedeckt wird, so kann auch diese sofort angelegt werden. Das gilt auch für die nächste Karte und so weiter. Wenn keine passende Karte dabei ist, einfach schnell drei weitere Karten auf den Ablagestapel legen. Ist der Handkartenstapel aufgebraucht, wird der Ablagestapel aufgenommen, kurz durchgemischt und wieder drei Karten abgelegt. Spielende Wer als erster die letzte seiner zehn Karten vom Stapel ablegt, ruft Ligretto Stopp und das Spiel ist sofort beendet. Hierbei geht es nur um den Kartenstapel, nicht um die Reihen. Nun werden alle Karten in der Mitte nach der Rückseite sortiert und dafür gibt es Punkte. Für jede Karte, die in der Mitte liegt, bekommt man einen Pluspunkt. Für jede Karte, die noch am Stapel ist, nicht die Handkarten oder die Auslagen, bekommt man zwei Minuspunkte. Und entweder spielt man nur eine Runde oder mehrere Runden bis zu einer bestimmten Rundenanzahl oder Punktezahl. Ja, ich denke, soweit sollte jetzt alles klar sein. Solltet ihr trotzdem noch Fragen haben, gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten bis zum nächsten Video.